Du hast eine Nachricht bekommen und ich sage Servus Performances Friends, herzlich willkommen hier bei mir zu Hause, wie ihr, du hast noch mal eine Nachricht bekommen, wir, wir machen das nochmal, attention, attention, please, bitte alle Mobiltelefone ausschalten, vielen Dank für ihr Verständnis. Servus Performances Friends, herzlich willkommen hier bei mir zu Hause, Sonneblendet, wir machen ein neues Video und zwar geht es in diesem Video um das Thema Reinigung des Performances. Wir haben ja in der Vergangenheit, haben wir im Juni, Juli den Boden hier neu rein gemacht und seitdem ist er auch nicht mehr geputzt worden mit Absicht, dass man eben mal sieht, okay, was passiert noch so im Winter, was habe ich da an Dreck, was habe ich da an Schmutz, wie mache ich das sauber und das zeigen wir euch jetzt. Was machen wir jetzt als allererstes? Natürlich jetzt erstmal hier bei mir die Garage komplett ausräumen, muss ich nicht, aber wir möchten es für das Video einfach machen, dass eigentlich alles weg ist und dann geht es Step by Step, zeigen wir euch, was muss ich tun, wie mache ich das am allerbesten, was nehme ich dazu und ja, ich würde sagen, wir starten mal, ich stelle mal das Auto raus. So, jetzt tun wir noch das ganze Zeug hier raus, wir haben es jetzt 10 vor 7, einfach nur mal so, dass wir ein Zeitgefühl haben, schauen wir mal, wenn wir fertig sind, wie lange das dann tatsächlich Zeit in Anspruch nimmt und ja, dann tun wir jetzt mal das hier rausstellen, GoPro läuft, das heißt, wir haben dann schon einen Zeitraffer, dass man das immer auch alles sieht und ja, der Enes legt jetzt die Kamera weg und hilft mir, oder? Nein. Komm bitte. Ja, okay. So, geschafft. Gott sei Dank habe ich nur so eine kleine Garage, da war es jetzt doch nicht so viel zum ausräumen. Was brauche ich jetzt? Also zum einen einen Wischer, wir haben ja ein spezielles Mittel mittlerweile, den man für den Performance-Floor nehmen kann und ich brauche einen Staubsauger. Es gibt normale Staubsauger, ich habe jetzt halt so einen Staubsauger hier. Was machen wir jetzt mal als allererstes? Wir schauen uns mal an, was ist unter dem Performance-Floor. Also ich habe es ja so gemacht bei mir, was ich jetzt im Nachhinein ein bisschen bereue, ich habe ja in der Mittelspur bzw. wo die Reifen sind, habe ich ja die Floor genommen. Eigentlich nur aus optischen Gründen, weil wir diese Pinienfarbe, dieses Gelb vom Performance-Floor mal gemacht haben vor Jahren, bevor es überhaupt, da war es damals glaube ich, blau war es noch damals, da wussten wir es noch gar nicht, dass wir dieses Gelb irgendwann mal nehmen werden. Da haben wir das mal gemacht für den Kunden und da hatten wir einen Restposten und da habe ich gesagt, hey wie geil ist denn das, das sind die Performance-Floor-Farben, da machen wir doch das rein. Hätte ich jetzt auch gern in dem offenen, weil man sieht ganz klar und deutlich den Unterschied zwischen einer geschlossenen Fliese, was habe ich da alles drauf an Salzflecken, an Schmutz von den Pfützen, Reifenspuren, ja was weiß ich was alles. Und das habe ich halt alles bei dem offenen Boden nicht. Also schauen wir uns gleich mal das hier an und zum anderen schauen wir mal unter dem Performance-Floor, was hat der bis jetzt alles geschluckt, was ist da alles drunter. Dass ich eben auch mal sehe, wow cool, ich brauche gar nicht so viel zu machen, weil der Boden lässt sich ja durch und die Reinigung mache ich ein oder zwei Mal im Jahr. Also Sophia Kelley, die hat jetzt auch bei ihr in den Stories gepostet, findet ihr auch bei uns in Instagram, in den Highlights. Die hat das ja auch mal komplett aufgemacht und hat es mit dem Dampfreiniger komplett abgedampft. Wenn ich jetzt mal schaue, wenn ich jetzt mal hier schaue, ich sehe hier halt die geschlossene Platte, sehe hier die offene Platte. Hier sammelt sich der Dreck drauf komplett und auch hier die ganzen Flecken jetzt vom Winter. Das heißt, wenn ich mal hier rüber fahre, sehe ich halt doch, es ist ziemlich dreckig. Und hier sammelt sich so das, was nicht durchfällt, das liegt oben drauf. Das heißt, hier bei den geschlossenen sichtbar komplett und hier, da fällt mir der Schmutz, den ich jetzt einfach hier habe, fällt mir durch. Das heißt, hier ist er weg. Des Weiteren schauen wir jetzt einfach mal vorne rein. Was haben wir da vorne unter dem Boden? Da machen wir jetzt einfach mal kurz auf. Also was muss ich jetzt hier beachten als allererstes, wenn ich den Boden aufmache? Da muss ich schauen, wie waren meine Ösen? Das heißt, zum Aufmachen, dass ich das besser weiß, schaue ich hin, meine Ösen gehen nach rechts und nach oben. Das heißt, ich kann hier aufmachen und wie man auch sieht, großflächig aufmachen. Das heißt, ich muss das Ding mit einzeln wieder auslegen. Wenn man jetzt mal hier runter schaut, dann sehe ich mal, was der Boden alles nimmt. Viele fragen, was passiert im Winter mit Salz und allem drum dran? Das ist getrocknet, das sind jetzt diese Salzkristalle. Ich glaube, am allerbesten ist, wir nehmen den Staubsauger kurz, saugen da mal drüber und dann gucken wir, was davon noch übrig ist. So. Machen wir nochmal auf. Und siehe da, also vorher, nachher, das heißt, das saugt es mir durch, die Fugen durch. Das ist dann nachher wie ein Windkanal. Was ich jetzt hier noch habe, das ist praktisch die Salzrückstände. Das kann ich natürlich dann hier großflächig aufmachen. Am besten zu zweit, kurz große Flächen aufmachen, drunter sauber wischen, dann ist das auch sauber. Wir saugen jetzt mal hier weiter, die ganze Garage durchsaugen und dann kommt Thema Nasswischen. Was ist noch, also wie gesagt, ich habe das seit Juni nicht mehr geputzt und es war jetzt echt an der Zeit, dass ich gesagt habe, ich muss meine Garage sauber machen. Der Performancefloor, haben wir gesehen, der schluckt viel. Also diese ganze Steinchen, dieses Salz und eben auch jetzt hier, wenn ich Blätter habe, weil das ist ja auch öfters, die fragen ja, wenn da Blätter drauf liegen, die kriege ich die weg. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Ich nehme dazu einfach ein Besen und tue dann praktisch mit dem Besen. Das ist ja etwas, was ich immer wirklich machen kann, so einmal im Monat. Oder wenn jetzt mal viel rein ist, kann ich dann praktisch auf dem Performancefloor mit dem Besen schön meine Blätter rauslegen. Und das ohne Probleme. Das heißt, alles was klein ist, geht ja in den Boden rein und die großen Sachen kann ich aus meiner Garage, get out of my house, kann ich die raus machen. Also ist gar kein Problem. Ja, das heißt, das haben wir. Dann Saugen haben wir. Als nächstes kommt dann hier noch voll fertig saugen, dass alles sauber ist. Der Nachbar wird zwar von euch denken, sag mal, der hat sie auch nicht mehr an, der saugt seine Garage. Aber ihr lacht, ihr könnt nämlich öfters mit einem Bierchen da sitzen und zu gucken, wie er seine Garage sauber macht, weil ihr müsst es nicht mehr so oft machen. Gut. Kennt ihr das? Habt ihr das als Kind auch einmal gemacht? Zum Kopfball üben? Nein? Okay. Wir sind jetzt soweit fertig mit Saugen. Das heißt, wir haben jetzt den Dreck aus den Rillen rausgesaugt. Und was aber jetzt noch bleibt, weil das ist auch eine häufige Frage. Hier, das jetzt zum Beispiel, da sieht man jetzt zum Beispiel hier diese Salzflecken, die man eben hat, wo sich viele fragen, okay, sehe ich das? Aber man sieht ja jetzt schon mit dem Finger, kann ich das weg machen? Das heißt, wenn wir das jetzt gleich nass wischen, geht es auf jeden Fall weg. Ich habe gesehen, hier hat sich noch eins versteckt, aber weg ist es. Da haben wir was vergessen zu saugen. Kann ja mal passieren. Genau. Das heißt, als nächstes kommt jetzt nass wischen. Wir tun jetzt auf jeden Fall was und alles vorbereiten. Wie gesagt, wir haben jetzt mittlerweile ein spezielles Mittel für den Boden, speziell für unseren PP-Kunststoffboden. Und wie nochmal? PP-Kunststoffboden. Nein, das davor. Ein spezielles Mittel? Ja. Ja. Ah, speziell ist es also. Ja. Ja. Was habe ich gesagt? Das hast du jetzt zwei- oder dreimal hinterlander gesagt. Ein spezielles Mittel. Habe ich schon erwähnt, dass wir ein spezielles Mittel haben? Warum bin ich eigentlich auf den Knien? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich das spezielle Mittel jetzt gleich auftragen werde. Speziell für unseren Boden von Performance Floor. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie jetzt zuschlagen, kriegen Sie... Nein, ich sage jetzt keine Rabatte, also schlagen Sie mich fest. Gut. Jetzt geht es ans Boden wischen. Ich kann natürlich einen herkömmlichen, normalen Reiniger nehmen. Ich kann natürlich einen herkömmlichen, normalen Reiniger nehmen. Oder unser speziell angefertigtes Mittel für diesen Boden. Wir haben es jetzt mal ein bisschen gemischt. Und haben das in eine Sprühflasche rein. Weil ich kann dann einfach sagen, okay komm, ich spüre das jetzt hier auf. Und dann möchte ich das hier auch sprühen. So. Ja. Und dann eben ganz normal mit dem Bishmob. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, weil ich bin da nicht so erfahren drin. Und dann fange ich ganz normal an zu wischen. Wenn ich jetzt natürlich nur unsere Expansionsteile, LEDs habe, sollte ich jetzt nicht wirklich komplett triefend da drüber. Es sei denn, Sie sind wasserdicht. Also, wir haben schon alles erlebt. Die sind nicht von uns. Aber es gab schon eine Reklamation. Ja, hey, mein LED ist kaputt. Weil ich habe den Boden geputzt und da ist Wasser dran gekommen. Sorry, dafür kann ich nichts. Ja. Das heißt, ich tue dann einfach hier anfangen. Und wische dann praktisch, wie bei einem anderen, zur Kamera reden, und wische dann praktisch wie bei einem anderen Boden auf meinen Performance Floor. So, und auch hier bei den geschlossenen Platten sieht man einfach wieder, dass sie doch ein bisschen schwieriger sind zum Reinigen. Das heißt, ich habe hier eine größere Fläche. Seht ihr, es bleibt mehr hängen und muss dann da öfters drüber fahren. Jetzt ist es sauer. Und das habe ich aber bei den offenen Fliesen nicht. Deswegen sage ich immer, Leute, nehmt die Rays oder die Rays Flat. Ihr tut euch einfacher. So, lassen wir ein bisschen einrichten, machen weiter. Nein, also der Hintergegang war einfach das, dass immer mehr Leute gesagt haben, hey, mit was putze ich das? Was nehme ich da? Und da haben wir uns jetzt zusammengesetzt mit einer Firma, die Reinigungen machen, also Reinigungsmittel. Und haben eben gesagt, dass wir da komplett PP haben, Kunststoff, und da was brauchen. Und das jetzt zusammengestellt. Und was nehme ich da am besten? Ja, da ist das dabei rausgekommen. Habe ich mal eine Fliese, wo ich jetzt wirklich sage, hey, die kriege ich nicht sauber. Dann baue ich die Fliese aus, nehme eine Kerche als Beispiel, einen Hochdruckreiniger, und dann kann ich die abdampfen. Musik in meinen Ohren. Schön. Das heißt, ich kann die rausnehmen und kann dann praktisch mit dem Dampfdruckreiniger, kann ich das praktisch sauber machen. Hier haben wir jetzt einen Ölfleck gehabt. Gerade ist eigentlich richtig gut weggegangen. Hier. Da haben wir nochmal einen Ölfleck. Ja, das sind solche Sachen. Gerade diese Ölflecken. Auf dem geschlossenen Boden muss ich einen Dampfreiniger dann nehmen. Und wenn es mal wirklich ganz alt ist, ganz lang her ist, wie gesagt, ein halbes Jahr ist es nicht gewischt, da kann es schon sein, dass das bleibt. So. Ich sollte mehr Sport machen wieder. Also ich würde sagen, jetzt lassen wir das mal trocknen. Dann gibt es noch ein paar nette Bilder zum Schluss. Auch mit den LEDs an. Und wir machen jetzt eine Raucherpause, oder? Ja. Also beim Rauchen sollten wir auch aufhören. Gut. Bis gleich. Ja, Performance No Friends. Wir haben jetzt alles sauber gemacht. Das heißt, wir haben jetzt euch gezeigt, wie sieht der Boden aus, wenn wir immer ein halbes Jahr und Winter vorbei sind. Wir haben euch gezeigt, wie reinigt es am besten. Das heißt, mit dem Staubsauger, mit dem Besen und dann eben noch das Nasswischen. Ich vermute, dass diese Reinigungsmittel, dass wir die so in zwei bis drei Wochen haben. Das heißt, das wird dann auch im Onlineshop bei uns auf der Homepage verfügbar sein. Und wie so eine Garage dann jetzt aussieht, das macht einem jeden wieder eine Freude. Das seht ihr hier. Das heißt, auch hier mit den LEDs da. Der Boden, der glänzt wieder richtig schön. Das heißt, es ist alles wieder richtig sauber. Es gibt noch kurz ein paar kleine Bilder. Und dann verabschieden wir uns und sagen, wie immer mit einem Klick zum perfekten Auftritt. Schönes Wochenende. Haut rein! 3 5 5 5 6 7 7 8 9 10 9